einen wunderschönen freundlichen und extrem grünen guten tag so fast vergessen was ich sagen wollte so ja wir stehen vor der schule trifft ich mir für den part beim senioren sind auch im daus park ach ja im senioren sind gut dass ich mit senioren kein problem ab gut können wir machen ja wir sind aus der partherapie zurück und damit ist es zeit für blitzfreak was sind denn die doch hier sind die senorias dann ziehen wir mal zum das haben rätsel versaut sitzt es mit dem wasser wir sehen uns ja das haben rätsel versaut er sieht mich nicht er sieht mich nicht er sieht mich nicht er sieht aber ziemlich böse aus jetzt hat er mich gesehen er ist nervös jetzt beobachtet er mich versteckt mich er sieht mich nicht er lässt mich nicht aus den augen du hast dich ab willst du ärger kumpel ich habe keine ahnung wo es geht also ja alter wir sind zu gemeinnützigen arbeit hier oh toll alle mal herhören hier sind ein paar kinder um uns ein städtchen zu bringen was oh nein ich spiel klavier ich spiel gern auf der triangel die triangel macht bing und wenn ich einmal traurig bin dann macht sie einfach das macht mir mut das macht mir spaß ihr seid scheiße tut uns leid das kind da ist neu ich spiel gern auf der triangel die triangel macht die mandoline spiel ich auch und bei der klingt das wenn ich einmal traurig bin dann macht sie einfach das macht mir mut das macht mir spaß runter von der bühne die mandoline spiel ich auch und bei der klingt das ich spiel gern auf dem flügelhorn das flügelhorn macht ich spiel gern auf dem flügelhorn das flügelhorn macht wenn ich einmal traurig bin dann macht es einfach das macht mir mut das macht mir spaß das macht mir spaß da geh ich ganz ohne spiel da geh ich ganz ohne spiel moment dieses kind da ist der furzende selbstjustizler aus den nachrichten das ist das kind das mit den drogen in der stadt aufräumt der selbstjustizler will unser paracetamol ähm nein so viele angepasste alte leute oh man wir müssen zum ausgang freedom pulse entkomme aus ich bin wieder da wieder oh nein nicht du du machst doch alles kaputt oh scheiße was macht ihr denn jetzt und das bringt jetzt was wow es geht wieder los wir sind wieder am weiten der kurze selbstjustizler haut auf alte du machst deinen hammer das trifft nur die dann gehe ich doch lieber auf die beiden elektrischer stuhl die oma kriegt für ihre widerlichkeit jetzt mal eingezappelt ich sage schon seit jahren das elektrische pflicht überbewertet ist superdose hält alles frisch so der macht einen wirbel und der was macht das denn hier für einen offensiven geschützturm schweizturm das ist wirklich Scheiß auf die Bingo-Hands. Du hast gerade mein Kumpelchen schlagen hier. Ach, es gibt schlimmere Gerüche. Was habt ihr davon, wenn ihr euch mit der Shady Acres-Bander anlegt? Tschüss Oma. Ja, hier steht gerade gut, würde ich sagen. Drei in einer Reihe. Das gibt ein fahriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. So. Roller Girl. Da kommen noch mehr! Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Ich leg dich auf Eis! Genau. Mir ging es auch schon besser. Ist mir egal. Das ist widerlich! Hör auf damit! Das tut weh! Jaha! Oh, ich bin mal. Ah! Oh! Oh, ich bin mal. Oh! 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 und dem seine Super-Kraft-Gang schon nicht. Er hat keinen gefunden. Okay. Die Rollator-Gang kommt. Aber kein Problem. Ach, der liegt ja eh schon. Dann trifft's all die Mdiese da. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Den Sein der Super-Kraft kenne ich auch noch nicht. Was macht die denn? Probieren wir es mal aus, was der macht. Ach, das ist das Ding. Okay, das kennen wir ja. Das ist den, also den seine Super-Graf. Okay, kann man so machen. Ach, der ist noch verwirrt. Der ist eh angekotzt, das ist egal. Ich lasse es jetzt krachen. Super-Tornado aktiv! Als ob dein Leben nicht schon längst außer Kontrolle wäre. Kommt nur her, hier. Blöd Bommel. Wir rücken weiter nach vorne. Stück für Stück Richtung Ausgang. Unter Verlusten, aber... Egal. Wir sind noch dabei. So. Dann legen wir mal Rollator-Man. Kleine Erfrischung! Auf Eis! Das ist nicht gut für die Pumpe! Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Kein Problem. Die werden wir ja erst mal zurück schlagen. Nicht Wundersch! Jemand muss ihm helfen! Die Richtung ist gut. Oh ja! Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß die Prügelstrafe doch gemacht hat. So. Wasser Marsch! Hier, Heilung! Danke, mein Lieber. So. Du lässt es jetzt mal bleiben, Liebling. Ich schätze, nein. Hommage. Die sind so ekelhaft. Ihr seid ekelhaft. Oh, meine Superkraft ist breit. Das ist gut. Dann machen wir das gerade mal. Dann sind die drei in der näheren Umgebung erst einmal eingeheist. Dann haben wir noch die dahinten. Wir müssen erst mal wieder ein bisschen näher rückern. Wir müssen erst mal wieder ein bisschen näher rückern. So. So. Der hat mir dann auch mal eingefroren. Ah, die haben so fürchterliche Reichweite. Ich war früher mal Nonne, ihr Wichser. Ist es kalt. Mir geht es nicht mehr so gut. Also komme ich nicht. Woher kommt der denn? Der kommt erst nach Tweak wieder dran. Hier geht es eigentlich mal so gut. Die kommen beide erst danach wieder dran. Woher ich vorher noch mal für kleine Jungs gehen soll. Ah. Hey. Wie wäre es mit ein bisschen Respekt vor dem Alter? Bleib liegen, Drecksbeil. Verdammt. Ach, scheiße. Fuck. Du bist tot. Ja, das ist immer, wenn so, ähm, wie der erwarten, plötzlich so viele da mal auftauchen. Das ist dann immer... Das ist immer ziemlich doof. Ja, ja. Ich will dein Fahrrad zittern holen, ist klar. So viele angepasste alte Leute.